Willkommen zu einer neuen Ausgabe VMAX TV. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in der heutigen Folge dreht sich alles um den neuen Kia Stonic. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr den Kia Stonic einordnen sollt? Ganz einfach, er fällt in die Schublade Kompakt SUV Crossover im B-Segment. Also das ist so ein bisschen geschrumpftes SUV. Ganz oft haben diese SUVs im B-Segment, hat keinen Allradantrieb. Da zählt unser Exemplar dazu. Allerdings ist diese urbane SUV-Geschichte, also diese Fahrzeuge, die eigentlich so ein bisschen auf diesen Lifestyle der Großstädte ausgerichtet sind, sehr, sehr verbreitet. Alle Hersteller, alle namhaften Hersteller haben so ein Fahrzeug im Programm. Das geht bei Mazda los mit dem XC3. Das geht weiter mit dem Suzuki Vitara. Renault hat diesen Captur. Citroën hat den C3 Aircross im Programm. Volkswagen wird als nächstes als Premium-Markt in diesem Segment den VW T-Cross an den Markt bringen. Skoda wird ein Fahrzeug in dieser Fahrzeugabmessung bringen. Und Seat hat es schon in diesem Segment, den bin ich auch selbst schon gefahren, weswegen ich den vielleicht ab und zu mal so als kleinen Vergleich zu unserem Stonic heranziehen werde. Und von den Abmessungen her bewegen wir uns hier in dem Segment oberhalb der 4 Meter, aber unterhalb der 4,20 Meter Abmessung. Wir haben hier eine Länge von 4,14 Meter und liegen damit wieder genau auf dem Niveau des Seat Arona. Am Markt ist der Kia Stonic seit September 2017. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig von diesem Fahrzeug bis jetzt im alltäglichen Straßenverkehr gesehen. Was ich sehr oft sehe, das ist der Bruder der Stonic. Und zwar ist das der Kia Rio. Der Stonic und der Rio teilen sich eine Plattform, unterscheiden sich technisch daher nicht wirklich allzu viel. Selbst das Motoren-Spektrum ist einigermaßen identisch. Allerdings bei den Abmessungen legt der Stonic natürlich um einiges zu. Wir haben hier eine Länge von 4,14 Meter, sind damit 8 Zentimeter länger als der Kia Rio. In der Breite hat der Stonic um 4 Zentimeter gegenüber dem Rio zugelegt, bringt es auf eine Breite von 1,76 Meter. Und in der Höhe legen wir natürlich stattliche 8 Zentimeter zu und bringen jetzt hier auf eine Höhe von 1,52 Meter. Dieser Höhenzuwachs, der kommt natürlich aus der leicht erhöhten Korosserie und natürlich wird bei diesen Messungen immer schön die Dachgeling mit eingespannt. Ja, optisch, er steht da wie ein typischer Kia. Aber wir schauen uns am besten mal die Front an. Und hier, das muss ich wirklich zugeben, sieht man ganz klar wieder das typische Kia Gesicht und die typische Handschrift des Designers Peter Schreyer, der wirklich allen Kia Modellen so seinen eigenen Stempel aufdrückt und seine ganz individuelle Note und sein ganz eigenes Design verpasst. Und ich finde, der Marker profitiert wirklich davon. Der Stonic ist jetzt, wenn ich den hier so dastehen sehe, doch relativ nah am Rio. Also man sieht diese Verwandtschaft, ich denke auch, das ist gewollt. Wir haben wie beim Rio hier diese diese angedeuteten Luftelemente, alles schön in schwarz glänzend gehalten. Das ist leider nur fake und hier unten haben wir eine ganz kleine Entlüftung zum Radkasten hin. Die breiten Scheinwerfer haben dasselbe Design wie am Kia Rio, was aber auch gar nicht schlimm ist. Im Gegenteil irgendwie so, weil der Rio hat wirklich ein tolles Design. Und das hat man jetzt wirklich hier auf diesen Stonic übertragen und hat den halt ein bisschen kerniger, ein bisschen geländetauglicher, ein bisschen kräftiger gemacht. Natürlich haben wir den typischen Kia Kühlergrill, die Tiger Nose mit dieser kleinen Ausbuchtung hier unten. Ist gar nicht mehr so toll wie das bei den ersten Modellen war oder bei den vorhergehenden Modellen. Man fängt das an so ein bisschen abzusoften, finde ich. Der Kühlergrill ist auch in weiten Flächen geschlossen. Wir haben hier nur so einen ganz kleinen Lufteinlass, der hier noch ein bisschen Luft durchlässt. Alles andere ist zu. Auch mit diesem angedeuteten Aluminium-Look hier, das sieht wirklich alles, finde ich sehr sehr hochwertig aus. Auch solche Elemente, wie hier noch mal so ein Lufteinlass reinzubringen, der zieht hier noch mal richtig schön in die Breite und natürlich dann hier unten diesen Lufteinlass, der dann wirklich den Motor optimal mit Luft versorgt. Dieses Element leider ist wieder geschlossen. Das ist aber auch so dem Luftwiderstand geschuldet, denn man versucht ja wirklich den Luftwiderstand so weit wie es geht runterzudrücken. Und das ist halt einfach besser, wenn so Flächen einfach geschlossen sind, damit die Luft dann einfach da vorbeiströmt und nicht noch durch den Motor oder durch irgendwelche Ritzen, die da gar nicht nötig sind. Deswegen hat man hier auch so eine Dichtung nochmal angebracht, dass wirklich die Windgeräusche minimiert werden und die Aerodynamik verbessert wird. Wir haben hier einen Luftwiderstand von 0,33, was für diese Klasse wirklich okay ist und eigentlich ganz gut ist. Ja, zur Optik. Wir haben die lackierten Stoßfänger und natürlich, wie sich das für so ein Fahrzeug gehört, was doch ab und zu vielleicht mal von schlechteren Wegen benutzt wird. Wir haben mit dem unteren Ansatz der Stoßstange einfach in so schwarzem Kunststoff. Haben natürlich hier nochmal so eine Spoilerlippe dran, die in Silbern ausgeführt ist und die, aber muss ich wirklich zugeben, hier schon einige Steinschläge hat und schon ein bisschen gelitten hat. Und die Scheinwerfer selbst finde ich jetzt wirklich auch am Tag sehr, sehr schick. Mir gefällt zum einen diese Form und zum anderen dann auch die Lichtaufteilung. Sie haben wirklich ein cooles Innenleben, cooles Design. Was wir haben, wir haben hier ein LED-Tagfahrlicht. Wir haben einen ganz normalen Halogenblinker, finde ich auch jetzt in dieser Klasse überhaupt nicht schlimm. Wir haben hier ein Abbiegelicht. Wir haben diese Linse, die jetzt aussieht wie eine Xenolinse, ist aber nur ganz normale Halogenlampe dahinter. Macht aber trotzdem ganz anständiges und ganz gutes Licht. Und wir haben eine Etage tiefer nochmal ganz klassische Nebelscheinwerfer. Lieferbar ist der Stonic in insgesamt vier Ausstattungslinien. Die Basisausstattung, das ist das Ausstattungsmodell Edition 7. Würde ich jetzt niemanden unbedingt empfehlen. Auch wenn der Basispreis mit 15.790 Euro erstmal verlockend klingt, aber es ist dann doch wirklich selbst bei Kia ein relativ sparsam ausgestattetes Modell. Ganz anders sieht das dann aus, wenn ihr dann eine Etage drüber schaut. Irgendwie so die Modellgeneration und die Ausstattungslinie darüber. Das ist die Ausstattungslinie Vision. Die hat schon deutlich mehr zu bieten. Nochmal eine Nummer besser. Das ist die Ausstattungslinie Spirit. Mit der denke ich, werden die meisten echt zufrieden sein. Und da hast du wirklich schon fast alles. Und wer dem Ganzen dann nochmal eins draufsetzen will, der greift zur Ausstattungslinie, wie wir ihn jetzt hier haben. Das ist die Ausstattungslinie Platinum. Die kostet allerdings dann schon, so wie jetzt hier steht, mit diesem Rot. Die Farbe nennt sich Signalrot Metallic in Kombination mit dem schwarz lackierten Dach. 850 Euro Aufpreis für die Farbe. ist nicht ganz wenig. Aber trotz alledem haben wir hier dann am Ende einen Listenpreis mit einem wirklich voll ausgestatteten Fahrzeug von 26.440 Euro. Bei den Motoren ein ähnliches Bild. Neben den vier Ausstattungslinien haben wir auch insgesamt vier Motoren zur Auswahl. Los geht es mit einem 1,2 Liter Vierzylinder. 84 PS. Das ist wie die Basisversion. Das ist ganz nett. Der ist preiswert, aber ich glaube nicht, dass er wirklich viel Spaß macht. Darüber rangiert ebenfalls ein Benziner. Das ist ein 1,4 Liter. Der bringt es dann schon auf 99 PS. Das ist so eine Modellvariante, die wir im Kia Rio schon gefahren sind. Aber auch da muss ich sagen, nur bedingt, weil halt einfach diesen Motor die Turbo Aufladung fehlt. Die bekommt ihr erst ab dem 1 Liter TGI im Kia Stonic, übrigens auch im Rio, leistet dann 122 PS, 172 Newtonmeter. Das ist ein 3-Zylinder-Motor und ich denke, der macht dann schon deutlich mehr Spaß, weil er einfach ein bisschen mehr Drehmoment hat. Richtig viel Drehmoment für diese Fahrzeugklasse. Das hat unser Diesel, der hier bei unserem Testwagen verbaut ist. Wir haben hier ein 1,6 Liter Dieselaggregat, ein CRDI mit 16 Ventilen, eine Common Rail Einspritzung und der fährt wirklich gut. Wir haben eine Leistung von 110 PS und maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter und kombiniert ist das Ganze mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe, was sich wirklich hier auch sehr flott bewegen lässt und das Fahrzeug sehr flott fahren lässt. Wir haben eine Abgasnorm Euro 6 mit einem Partikelfilter, allerdings haben wir hier kein AdBlue-Nachbehandlungssystem. Also Kia erreicht diese Euro 6 Abgasnorm auch ohne diesen SCR-Katalysator und diese AdBlue-Einspritzung. Hat den großen Vorteil, ihr müsst nicht aller 5, 6, 10 oder 15.000 Kilometer euer AdBlue nachfüllen. Und wie so oft bei meinen Reviews, der obligatorische Blick auf die Lackierungen. Und da fällt mir auf, man hat auch bei Kia gespart, die Innenseite der Motorharbe und der Motorraum selbst ist zwar in Wagenfarbe lackiert, allerdings hört der Klarlack hier schon hinter der Kante auf. Finde ich immer, wie gesagt, ein bisschen schade. Ihr habt es eigentlich in jedem von meinen Geschichten schon gehört. Ich bin eher der Fan von einem ordentlichen, schönen, sauberen Motorraum, weil ich finde, das gehört zu so einem Auto eigentlich auch dazu. Aber so ist es. Da spart man dann halt einfach und da halt kommt auch dieser Preis zustande, der dann hier aufgerufen wird. Und da dieses Crossover-Segment mit diesen kompakten Abmessungen doch wirklich sehr angesagt ist und sehr lifestyleig sein soll, bietet nicht nur Kia, sondern auch alle Hersteller quasi ihre Modelle wirklich in den verschiedensten und wildesten Farbkombinationen an. Ihr könnt den Stonic in insgesamt neun Außenlackierungen bekommen und die wiederum lassen sich mit vier weiteren Farben absetzen und zwar in Form von anders farblichen Spiegeln und das Dach ist dann anders lackiert. Bei uns ist es relativ dezent gehalten in diesem Schwarz, was auch ein sehr cooles Schwarz ist, denn es ist nicht so ein Unischwarz, sondern es ist Schwarz Metallic, was wirklich die Ausnahme ist, denn normalerweise ist es einfach so ein Standard-Schwarz meistens, was da drauf geschmissen wird. Sehr schön gelöst ist auch dieser Übergang zwischen dem Schwarz lackierten Dach und der Corserie. Man hat ja nicht das komplette Dach schwarz lackiert, sondern man hat wirklich nur den vorderen Teil schwarz lackiert und hat diesen hinteren Teil einfach noch in Wagenfarbe gelassen. Hier zieht sich jetzt quasi so ein rotes Band über das Fahrzeug und dass man das natürlich schon im Grunddesign oder im Entwurf berücksichtigt hat, das zeigt sich hier, denn man hat hier einfach so eine Sigge gelassen, die dann diese Trennung zwischen den zwei Farbtönen aufnimmt und dann auch wirklich einen schönen, sauberen Abschluss generiert. Der geht hier unten drunter weiter. Wenn ihr die Tür öffnet, habt ihr hier so die Kante, wo das abgeklebt wurde beim Lackieren. Das greift sich auch alles sehr, sehr hochwertig an. Hier ist es sogar glatt geschliffen, dass ihr nicht mal einen Übergang zwischen diesen Farbschichten merkt. Also das ist wirklich ganz cool gelöst. Ganz cool gelöst und ganz geckig finde ich auch diese Dachreling, die man hier kreiert hat am Stonic. Die ist ab der Ausstattungslinie Wischen schon immer serienmäßig an Bord. Nur das Basismodell, das hat die nicht und die ist hier relativ breit ausgeführt. Die macht einen recht robusten Eindruck. Allerdings, hier hört es sich an nach Aluminium, aber hier vorne die vorderen Kanten sind Kunststoff. Hier unten drunter, das ist alles Kunststoff. Hier haben wir Kunststoff und das wirklich Witzige ist hier hinten diese Endung. Man hat ihn nicht nach unten gesetzt, wie das üblich der Fall ist, sondern man hat ihn so eine Art kleiner Finne offen gelassen. Kein SUV-Look ohne die passenden Radlaufverbreiterung. Die hat unser Stonic natürlich ebenfalls an Bord. Es ist dasselbe Material, wie auch an der Stoßstange vorne zu finden ist. Und zwar merkt man das ganz gut, dass wir hier doch schon so zwei, drei kleinere Kratzer haben. Das kann natürlich daher rühren, dass es ein Pressetestwagen ist, der dann doch wirklich ordentlich von vielen Kollegen herangenommen wird und auch wirklich dann bis ans Limit gegangen wird. Da wird manchmal nicht so Rücksicht genommen auf das Material. Da denke ich, deswegen haben wir hier schon so ein paar leichte Kratzer, aber am Lack ist alles perfekt. Das ist alles perfekt abgeschirmt. Auch so diese Kunststoffverbreiterung, die geht hier wirklich dann schön weit unter den Radkasten mit rum, um dann das Blech innen zu schützen. Auch hier an den Seiten, wir haben hier die Seitenschweller, die sind ordentlich verkleidet und sogar noch die unteren Seiten der Türen, dass es ebenfalls mit verkleidet. Und wenn ich sie öffne, die Tür, ihr seht das hier, das ist eigentlich auch mal sehr praktisch, dass es, wenn ihr die Tür auf macht, ihr könnt nicht irgendwo mal eben dran stoßen, zumindest hinten, wenn die Kinder dann ein- und aussteigen, muss man ja schon ab und zu Obacht geben. Ja, warum die Türgriffe nicht komplett lackiert sind? Ganz einfach, wir haben hier das schlüssellose Schließsystem an Bord, was bei unserem Modell natürlich serienmäßig verbaut ist, allerdings nicht über einen Sensor hier innen drin, sondern einfach nur über so einen Knopf, den ihr dann drücken müsst zum Riegeln und Verriegeln. Wie nah die Verwandtschaft des Kia Rio mit unserem Stonic ist, das zeigt sich natürlich vor allen Dingen an den Achsen. Wir haben hier den identischen Radstand wie am Rio, wir haben Radstand von 2580 Millimeter und auch die Achskonstruktion entspricht im Grunde der des Kia Rio. Wir haben an der Vorderachse eine ganz klassische McPherson Federbeinachse mit einer Einzelradaufhängung und dem Stabilisator, alles wie man das kennt, alles wie es sich bewährt hat. Und an der Hinterachse, ich hatte es euch anfangs schon gesagt, wir haben einen Frontantrieb und keinen Allradantrieb. Trotz des SUV-Looks, es gibt dieses Fahrzeug und ganz viele andere Fahrzeuge in diesem Segment nicht mit einem Allradantrieb, weswegen wir hinten eine Verbundlenker-Hinterachse verbaut haben mit Schraubenfedern. Die fährt sich wirklich gut, da kann man nicht meckern, das ist eigentlich ein ganz bewährtes System, genau wie diese Vorderachse. Da geht nicht viel kaputt, die poltert nicht, die klappert nicht, die hat eine gute Straßenlage. Also da hat man eigentlich alles richtig gemacht, zum Fahrzeug so eine Achse zu spendieren und zu sagen, auf diesen Allradantrieb verzichten wir einfach. Dafür verzichtet man nicht auf eine ordentliche Bremsanlage, wie ich finde, auch hier bei diesem Modell. Wir haben an der Vorderachse Bremsscheiben von 280 mm und an der Hinterachse Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 262 mm. Mit einem manuell bedienbaren Handbremsgriff. Vorne sind die Bremsscheiben innen belüftet. Ja, das soll es eigentlich auch schon zur Technik des Stonic gewesen sein. Vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs zum Tankdeckel und zum Tankinhalt. Wir haben hier einen Tankinhalt von 45 Liter, der wiederum dem des Kia Rio entspricht. Beim Stonic bietet Kia im Grunde nicht so die riesengroße Auswahl an unterschiedlichen Felgen an. Ihr könnt zwar das Felgendesign switchen, allerdings ist der Felgendurchmesser eigentlich bei den meisten Modellen mit 17 Zoll fest vorgegeben. Einzige Ausnahme ist das Basismodell. Das kommt serienmäßig mit 15 Zoll Rädern dahergerollt. Alle anderen Ausstattungslinien haben immer ein 17 Zoll Rad an Bord und ich finde, das sieht hier auch ganz gut aus. Wir haben eine glanzgedrehte Front mit diesen dunklen, hinterlegten Innenseiten und wir haben einen ganz kernigen Reifen. Wir haben hier einen 2,5, 55, 17 Reifen drauf. Eine Kleinigkeit, die ich am Kia Stonic vielleicht noch verbessern würde. Was mir persönlich aufgefallen ist, er liegt sehr, sehr tief. Normalerweise mag ich ja diese tiefen Fahrzeuge. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, sieht eigentlich immer gut aus, aber hier bei so einem Fahrzeug, was so ein bisschen auf Gelände macht und ein bisschen so auf kerniger Optik, da könnte das schon irgendwie doch noch einen Zentimeter mehr sein. Das würde mich jetzt in diesem Fall gar nicht so stören, denn dieser Abstand hier, dieser Radabstand, das ist im Grunde so ein Abstand, wie das eigentlich so jeder 0815 Kompaktwagen schon serienmäßig bietet, der dann nicht auf diese SUV-Optik aus ist. Richtig sportlich und richtig schick, fällt natürlich auch die Heckansicht unseres Stonic aus. Hier mit diesem wirklich stylischen Schriftzug, der übrigens Kunstwort ist und zwar setzt sich der Begriff Stonic aus Speedy und Tonic zusammen. Das ist so eine Wortschöpfung, die sich da irgendein Marketingmensch ausgedacht hat. Ich finde es ganz gut, allerdings erinnert mich dieser Name Stonic irgendwie so an den Sega Mega 3 Feld, ich weiß nicht, ob ihr die Konsole noch kennt und zwar Sonic the Hedgehog, dieser kleine blaue Igel. Ich denke irgendwie jetzt zweitermal Sonic Stonic. Deswegen vielleicht hat man den Namen gewählt. Wie gesagt, ich mag ihn, finde ich wirklich ein cooler Name, passt doch irgendwie zu diesem Fahrzeug, was halt so ein bisschen kerniger da ist und da steht. Und das wird natürlich hier hinten wieder mit diesen Kunststoffstoßfängern deutlich. Wir haben hier den oberen Teil in Wagenfarbe lackiert. Wir haben hier das Plastik, aber wir haben natürlich auch einen schönen Diffusor angedeutet, so ein bisschen so eine Art Unterfahrschutz, der hier in Silber lackiert ist, der auch wirklich ganz, ganz stark aussieht und wirklich ganz gut zum Fahrzeug passt. Wir haben insgesamt vier PDC Sensoren und haben hier eine Besonderheit bei diesem Modell und zwar haben wir hier eine Querverkehrswarnung. Bedeutet, die Sensoren registrieren nicht nur, wenn ihr rückwärts fahrt, sondern die registrieren auch Fahrzeuge, die sich von der Seite nähern und zwar alles, was so im Umkreis von bis zu 20 Metern hinter dem Fahrzeug ist. Die System funktioniert beim Ausparken vor allen Dingen hervorragend. Habe ich schon mehrfach getestet und zwar, wenn ihr rückwärts aus einer Parklücke rausfährt, erkennen halt diese Sensoren die Fahrzeuge und warnen euch dann im Display des Tachos und sagen Achtung, da kommt ein Fahrzeug angefahren. Finde ich sehr gut, funktioniert übrigens auch mit Fußgängern. Aber wir haben nicht nur die PDC Sensoren an Bord, sondern auch eine Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera ist hier unten verbaut. Leider ohne irgendeine Reinigungsfunktion. Also die wird im Winter garantiert den ganzen Spritzmatsch von der Straße abbekommen. Was nicht ganz so schnell verträgt, das ist die Heckscheibe. Die ist relativ flach gelegt bei diesem Fahrzeug, was sie ein bisschen dynamischer macht und zusätzlich haben wir hier noch so einen Dachkantenspoiler montiert, inklusive dieser obligatorischen, die findest du ja jetzt bei fast jedem Fahrzeug, dieser Luftleitelemente hier schön und schwarz glänzend ausgeführt, rechts und links. Und hier ist es. Wir haben ein richtiges Endrohr. Viele Modelle haben ja nur noch diese Blendrohre, wie ich die so gerne nenne. Hier haben wir noch ein richtiges Endrohr aus, den auch wirklich dann noch die Abgase entweichen und nicht irgendwie nach unten, wie das oft der Fall ist. Wirklich gut am Stonic gefallen mir auch die Heckleuchten, die hier wirklich schön schmal sind, die wirklich einen schönen Look kreieren und mit dieser abgedunkelten Oberfläche wirklich auch sehr, sehr sportlich und sehr, sehr modern wirken. Was richtig modern wirkt, das ist das Rücklicht selbst, wenn das angeschaltet ist im Dunkeln. Dadurch, dass es eine LED-Technik ausgeführt ist, habt ihr wirklich ein tolles Licht. Leider nicht eine LED-Technik, das sind die Blinker und die ganzen anderen Zusatzfunktionen. Die sind in ganz normal Halogen ausgeführt. Finde ich aber jetzt nicht wirklich schlimm, denn meistens siehst du ja wirklich bloß dann die Schlusslichter und dann eventuell noch das Bremslicht. Design ist das eine, der alltägliche und praktische Nutzen ist das andere und was für viele halt entscheidend ist bei so einem Fahrzeug, das ist das Kofferraumvolumen. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen im Stonic von 352 Liter. Ein Kia Rio bietet 325 Liter. Also er hat ein bisschen zugelegt, was aber vor allen Dingen halt den leicht erhöhten Aufbau der leicht erhöhten und größeren Karserie zu verdanken ist. Wir haben hier zudem die Möglichkeit, den Laderaumboden insgesamt zwei Stufen einzustellen. Wir haben jetzt hier die oberste Stufe, die finde ich eigentlich ganz praktisch und zwar, wenn ihr was ein- und ausladen wollt, das macht sich eigentlich ziemlich gut. Trotz dieser kleinen Ladekante, das funktioniert eigentlich wirklich klasse. Ihr könnt den Ladeboten hier oben an der Hutablage fixieren. Das ist immer ganz praktisch, wenn ihr jetzt hier was unten ein- und ausladen wollt. Finde ich sehr schön. Wenn wir das Ding mal rausnehmen, habt ihr zusätzlich hier unten nochmal so eine Art, ich sage mal geheimfach. Wir haben hier das Pannset, wir haben den Kompressor, wir haben so ein Reifendichtmittel, wir haben einen Teil zum Einschrauben für die Abschleppstange, Abschleppvorrichtung, einen Schraubendreher. Das war's. Und aber ihr habt hier rechts und links nochmal ein kleines bisschen Stauraum. Dieses Volumen, dieses Stauvolumen von den 352 Liter bezieht sich allerdings dann immer, solltet ihr wissen, darauf, wenn der Ladeboden auf die tiefste Stelle montiert ist. Wer wirklich mehr Stauraum braucht, der kann die Rückenlehnen ein Drittel zu zwei Drittel umklappen und dann das Kofferraumvolumen auf 1100 Liter ungefähr erweitern. Ein kleines Manko des Gepäckabteils, das ist mal wieder leider der Punkt Lackierung. Und zwar haben wir hier nur so einen ganz leichten Teil, der noch mit Klarlack versehen ist. Alle anderen Flächen hier innen drin sind leider, leider wie der Motorraum einfach nur in Matt ausgeführt. Also da hat man leider gespart. Finde ich wirklich schade. Motorraum könnte ich zur Not noch mit leben, aber hier hinten ist es wirklich so der Fall. Jedes Mal, wenn ich den Kofferraum öffne, sehe ich dieses Matte. Wie auch immer, ich denke, wir haben uns jetzt genug mit dem Design des Stonic beschäftigt, zumindest mit dem Exterieur. Wir springen einfach mal in den Innenraum und schauen uns den Innenraum an und gucken mal, wie er sich dort so macht. Willkommen im Innenraum des Kia Rio. Nein, Stonic. Ja, wie jetzt, ja. Habe ich mir am Anfang auch gedacht, als ich eingestiegen bin und das Fahrzeug dann das erste Mal live gesehen habe. Wir waren nicht zur Präsentation, sondern wir haben jetzt wirklich den Erstkontakt dieses Fahrzeuges hier in Form des Pressetestwagen. Und da ich im letzten Jahr ja schon den Kia Rio gefahren bin, muss ich sagen, war das echt ein Déjà-vu-Erlebnis, jetzt hier in den Stonic zu steigen. Denn die Optik, das Design, das ist eigentlich alles so, wie ich das vom Kia Rio in Erinnerung habe. Und ich habe mir extra nochmal das Review dazu angeschaut. Und ich muss sagen, es sind wirklich nur Kleinigkeiten und Nuancen, die so geändert wurden. Das ist das wirklich wichtigste oder auffälligste Änderungsmerkmal. Das ist hier drüben im Armaturenbrettbereich diese Kunststoffpaneele, die ihr passend zur Exterieur-Kontrastlackierung dann hier auch bestellen könnt. Aber ansonsten entspricht das alles des Kia Rio. Wer sich jetzt mit dem Rio nicht auskennt, kein Problem. Wir schauen uns trotzdem noch mal so diese Funktionalität und dieses Design des Kia Stonic im Detail an. Fangen wir am besten mal an irgendwie so mit dem Innenhimmel. Der ist wie im Rio, das ist so ein Papphimmel, der aber nicht hinter schäumt ist, sondern einfach nur so mit so einer Art Stoff überzogen ist. A-Säule komplett in Kunststoff gehalten. Allgemein ist das Thema Kunststoff hier im Innenraum doch sehr, sehr dominant und sehr stark vertreten. Was mir allerdings wirklich gut gefällt, im Kia Rio habe ich das noch bemängelt, warum auch immer, das ist diese Oberfläche und das Armaturenbrett. Es ist nicht geschäumt. Okay, kann ich bei diesem Modell sehr gut verstehen. Es gibt Modelle wie den VW T-Rock, da ist es ebenfalls nicht geschäumt. Da ist ein hartes Kunststoff Armaturenbrett drin, was finde ich von der Optik her viel, viel schlimmer aussieht als das hier, weil das musst du wirklich anfassen, um dann irgendwie festzustellen, hey, es ist ja doch nur harter Kunststoff. Wie gesagt, finde ich jetzt hier nicht so schlimm in diesem Bereich. Das gleiche Material oder ähnliches Material, es fühlt sich ein ganz kleines bisschen anders an, haben wir hier im Bereich der Türverkleidung verbaut, die ebenfalls komplett in Kunststoff ausgeführt sind. Dafür hier eine Etage tiefer, haben wir hier so einen ganz leicht geschäumten oder ganz weichen Kunststoff, der hier im Bereich des Griffes verbaut wurde. Ja, ansonsten eine Etage tiefer, weil wir schon mal beim schwarzen Kunststoff bleiben. Ebenfalls harter schwarzer Kunststoff, genauso wie das Handschuhfach, aber das ist ja meistens gang und gäbe. Dafür wirklich cool gemacht und wirklich schick. Dieses komplette mittlere Band hier, was sich hier durchzieht. Ich hatte es gerade schon angesprochen, ihr könnt diese Elemente hier in unterschiedlichen Farben kombinieren. Ihr könnt, glaube ich, ein Grün bekommen. Ihr bekommt hier in unserem Platinum-Modell, ist es immer ein Grau ausgeführt. Das ist halt so ein bisschen edler, ein bisschen dezenter und ich glaube, ein Orange kriegt ihr noch. Da könnt ihr dann quasi so das Interieur dann entsprechend mit eurem Exterieur, mit eurer Dachlackierung, mit euren Spiegellackierungen abstimmen. Was halt immer verbaut ist, das ist hier dieser mittlere Bereich, der hier in schwarzglänzend ausgeführt ist. Das sieht auch wirklich alles sehr, sehr gut aus. Das fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig an. Das Lüftungsdüsendesign, das ist das, wie wir das aus dem Rio kennen. Ich finde es nach wie vor ein bisschen angestaubt von der Optik her. Hätte ich mir irgendwas, was moderneres, was peppigeres gewünscht irgendwie so. Das ist jetzt irgendwie so Style 1985. Gut, ist aber so. Dafür diese Aluminiumleiste hier. Es ist natürlich Kunststoff, aber es ist wirklich so in so einem Aluminium-Effekt lackiert. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das macht sich ganz nett. Und wenn wir einmal hier schon dabei sind, wir haben hier ein wirklich starkes und wirklich optisch ansprechendes Infotainment-System verbaut. Alle Kia Stonic haben diesen so einer Art angedeuteten freistehenden Monitor mit einem 7-Zoll-Display. Das Navigations-Upgrade bekommt ihr je nach Ausstattungslinie dann immer dazugeliefert. Oh, ihr müsst es halt dazu bestellen. Ich würde aber dazu tendieren, dann lieber die Ausstattungslinie höher zu wählen, weil dann dieses Navigationssystem kostet nicht wirklich so viel Aufpreis dann in der besseren Ausstattungslinie. Und es kommt nicht nur das Navigationssystem, sondern es kommen noch andere Feature zusätzlich hinzu. In unserer Version, da geht nicht mehr. Da ist wirklich alles dann drin, was verbaut wurde. Ich versuche jetzt einfach mal die Zündung anzumachen. Ja, das geht sogar. Zumindest teilweise. Jedenfalls ist das Navigationssystem aktiviert. Wir können es uns mal angucken. Und wir haben hier diesen 7-Zoll-Monitor, der sich auch wirklich gut ablesen lässt, auch beim Fahren sehr gut ablesen lässt. Was mir ein bisschen missfällt, was ich nicht ganz so doll mag, das ist dieser Navigations-Screen, dass ich das erst bestätigen muss, je ständig hier diese ganzen Tipp-Funktionen. Das finde ich nicht ganz so toll. Das ist ein bisschen nervig auf Dauer. Was mir sehr gut gefällt an diesem System, es ist ein relativ einfaches System. Es ist jetzt nicht so ein ausgefuchstes, nicht so ein ausgeklügeltes System, wie das manch andere Hersteller anbieten. Aber es kann im Grunde alles das, was so ein Navigationssystem, was so ein Navigationssystem können muss. Wir haben DAB-Empfang im Radio. Wir haben den normalen FM-Empfang. Ihr könnt euch dann eure Listen anzeigen lassen mit euren Radiosendern. Ihr könnt das alles schön durchskippen. Das funktioniert alles wirklich tadellos. Wir haben die Möglichkeit, eure Favoriten zu speichern. Also das kann wirklich schon das Wichtigste. Die ganzen Basics kann das System. Der Radioempfang ist sehr gut. Auch der DAB-Empfang ist sehr gut. Ich habe teilweise Testwagen hier. Da hast du zwischendrin immer so Aussetzer. Da fährst du und dann ist einfach der Empfang kurz weg, irgendwie für zwei Sekunden, bis das System sich irgendwie neu kalibriert, neu berechnet. Ich kann es euch nicht sagen. Finde ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. Was der Kia aber gar nicht macht, das funktioniert alles klasse. Dann haben wir hier unter Medien, geht dann nochmal eben drauf. Dann habt ihr unter Medien dann eure die Möglichkeit, verschiedene Endgeräte zu installieren. Also ihr könnt euer Radio via USB speisen. Wir haben die Möglichkeit, über einen AUX-Anschluss das Radio zu bedienen oder besser gesagt zu speisen, mit euren Musiktiteln, die ihr haben möchtet. Oder ihr macht das ganz klassisch über Bluetooth Audio, denn auch das kann hier das im Stonic verbaute System. Ein ganz wichtiger Punkt natürlich, das ist die Navigationseingabe. Die funktioniert auch wirklich alles super. Da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, da brauchst du keine Bedienungsanleitung lesen. Das kann eigentlich jeder, das kriegt jeder hin. Ihr könnt euch eure aktuellen Koordinaten anschauen, ihr könnt euch eure letzten Adressen anzeigen lassen oder eine neue Adresse eingeben. Das ist alles super. Ganz nett finde ich auch diese Übersicht und zwar ist das so ein geteilter Splitscreen. Das ist so eine Art wie dieser Homescreen. Ihr habt links die Navigationsinformationen und habt dann rechts so eine Art Schnellmenü. Ihr habt euren Radiosender nochmal und könnt dann halt über alle Menüs dann einfach nochmal so in euer komplettes Menü rein skippen. Und was wir natürlich auch serienmäßig an Bord haben, wir haben eine Freisprecheinrichtung an Bord, die ist in allen Stonic serienmäßig. Was ebenfalls serienmäßig an Bord ist, das ist die Möglichkeit, dass ihr euer Handy via Bluetooth Audio und Android CarPlay verbinden könnt. Das geht bei allen Kia Stonic, egal welche Ausstattung, funktioniert das immer. Und wer jetzt kein Apple Betriebssystem oder kein Apple Handy hat, der kann das natürlich auch mit Android Auto nutzen. Also diese zwei Funktionen sind immer gegeben. Soviel erstmal zur Navigationseinheit. Wie gesagt, 7 Zoll Monitor, lässt sich alles gut ablesen, lässt sich ganz gut bedienen. Auch vom Zoom her, wenn ihr hier zoomen wollt. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn die Drehknöpfe noch da sind und nicht nur diese Skip-Gesten da, wie man das vom Handy gewöhnt ist oder vom Tablet. Gut, okay, soviel dazu. Eine Etage tiefer haben wir hier nochmal so eine Art Kontrollleiste eingelassen. Und zwar haben wir hier die Anzeige der Gurt-Erkennung, die Gurt-Schloss-Erkennung für die hintere Sitzbank, für alle drei sogar. Also selbst, wenn in der Mitte jemand sitzt, wird das erkannt. Und die Gurt-Schloss-Erkennung für den Beifahrersitz. Daneben haben wir den Warm-Blink-Schalter und hier nochmal die Türverriegelung, diese Autolock-Funktion. Noch ein Stückchen tiefer, das Klimabedienteil. Finde ich nach wie vor, fand ich im Rio schon super. Gefällt mir hier auch super. Es ist eine 1-Zone-Klimaanlage, also ihr könnt wirklich nur den kompletten Innenraum neu temperieren. Finde ich aber auch nicht wirklich wilde. Stört mich jetzt hier gar nicht in diesem Fall. Wir haben auf der linken Seite die Möglichkeit, die Temperatur zu regeln und rechts habt ihr die Möglichkeit, die Lüftung zu regeln. Wir können hier über die Auto-Taste halt dann alles komplett automatisch einstellen. Über die AC-Taste halt Klimaanlage manuell aktivieren oder deaktivieren. Wir haben hier den Schalter für die Frontscheibenheizung. Wir können die Klimaanlage komplett ausmachen, dass dann wirklich alles tut. Ihr habt dann nochmal die Möglichkeit durch zu skippen, ob ihr das auf die Scheibe haben wollt, ob ihr das in Gesichtshöhe haben wollt oder halt auf die Füße. Und dann haben wir hier nochmal die Umlauf-Taste. Und ganz hier unten rechts ist die Taste für die Heckscheibenheizung. Was mir aber hier aufgefallen ist bei diesem Display. Beim Rio hatte ich es noch bemängelt und zwar ist diese Anzeige hier im Rio relativ milchig gewesen, als ob irgendwie noch eine Schutzfolie drauf war. Das ist jetzt hier komplett anders. Die ist hier wirklich richtig schön klar. Die sieht wirklich gut aus. So habe ich mir das beim Rio auch gewünscht. Keine Ahnung, was da der Fall war. Vielleicht war irgendwie so ein Fehler drin oder ich kann es euch nicht sagen, was da los war. Unterhalb der Klimatronikbedienung haben wir hier nochmal ein Ablagefach, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil das ist so das typische Handyfach. Ihr könnt euer Smartphone einfach hier hinlegen. Es klappert nichts anderes darüber, nichts anderes hin. Ich habe jetzt hier das große, das Plus und selbst das passt hier perfekt rein. Das liegt hier ordentlich. Was es leider nicht kann, dieses Fach, das ist das induktive Laden. Also wenn ihr euer Handy laden wollt, ihr müsst es dann über den USB und über den normalen Lightning-Anstecker oder was auch immer ihr habt oder Micro-USB müsst ihr euer Telefon laden. Induktives Laden ist hier nicht möglich. Dafür hier unten ein Stückchen tiefer nochmal der AUX-Anschluss und der USB-Anschluss. Und hier daneben haben wir nochmal den klassischen Zigarettenanzünder. Könnt ihr mit 12 Volt und insgesamt 180 Watt belasten, diesen Anschluss. Noch ein Stückchen tiefer. Das Krimskramsfach, sag ich mal. So, das machen wir mal aus. So ein kleines Ablagefach, was sehr gut zugänglich ist. Allerdings, ich denke man hört es schon, es ist nur so ein harter Kunststoff innen drin. Da hätte ich mir eine kleine Gummierung gewünscht, dass jetzt zum Beispiel der Schlüssel nicht hier ständig beim Fahren hin und her klappert. Finde ich jetzt nicht so toll. Wir haben das schlüssellose Schlüsselsystem an Bord. Der Schlüssel sieht auch wirklich gut aus, finde ich, vom Style her mit diesen Aluminium-Tasten. Auch hier an der Seite nochmal so ein bisschen Aluminium dran. Der sieht wirklich gut aus. Nur leider finde ich hier keine richtige Position, wo ich den Schlüssel irgendwo reinstecken könnte oder mit einem Magneten den irgendwie festmachen könnte. Entweder lasse ich ihn in der Hosentasche oder ich muss ihn halt hier vorne reinschmeißen und er rutscht dann hin und her am Klappert. Aber da waren wir beim Schlüssel Sinn und es passt hier irgendwie so alles zusammen. Der Startknopf, ich habe ihn jetzt schon zweimal bedient, der ist hier installiert. Der lässt sich auch sehr gut bedienen. Kommst du auch eigentlich klasse ran. Das klassische Lenkrad-Zündschloss, das ist hier gar nicht mehr. Nicht mal mehr die Vorrichtung dafür vorgesehen. Aber wir waren hier bei der Mittelkonsole, bleiben bei der Mittelkonsole und arbeiten uns mal nach hinten durch. Wir haben hier nochmal vier Zusatzschalter. Wir haben die Sitzheizung Fahrer, Sitzheizung Beifahrersitz und die lässt sich dann insgesamt drei Stufen einstellen, je nachdem wie ihr das haben wollt. Daneben haben wir die Lenkradheizung, die ist bei unserem Modell und ich glaube ab der Ausstattungslinie Spirit ist die schon immer serienmäßig an Bord. Und das ist ja so ein Kia-Erkennungsmerkmal. Ihr bekommt die Lenkradheizung wirklich in jedem aktuellen Kia-Modell vom Picanto angefangen bis hin zum Kia Stinger ist die immer dabei. Ja und der dritte und letzte Knopf hier auf dieser Reihe, das ist die Aktivierung und Deaktivierung des Start-Stop-Systems. Schalthebel, ich hatte es schon gesagt vorhin, als wir den Motorraum besprochen haben, wir haben ein Sechsganggetriebe und der Schalthebel, der liegt auch wirklich ganz gut in der Hand. Die Rückwärtsgang-Arretierung ist hier so, wie man das von anderen Modellen kennt, einfach hochziehen und dann einen Rückwärtsgang einlegen. Die Mittelkonsole selbst ist wie hier oben dieser Rahmen schön in diesem schwarz glänzenden Kunststoff gehalten. Das sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus, gefällt mir persönlich ganz gut. Was ich auch gut leiden mag, das ist nach wie vor die manuelle und mechanische Handbremse. Elektrische Parkbremse gibt es hier im Kia leider, muss ich sagen, noch nicht. Aber so diese ganz klassische ist jetzt auch nicht so schlecht. Daneben angesiedelt zwei Getränkehalter. Hier kriegt ihr so eine 0,5 Liter Flasche ganz bequem rein. Dahinter das Fach ist ein kleines bisschen größer. Das war es dann aber auch schon. Das ist auch alles in Kunststoff ausgeführt, genau wie der restliche Teil der Mittelkonsole. Ist aber alles nicht schlimm, weil es wirklich alles recht hochwertig aussieht. Und noch mal ganz dahinter haben wir hier eine Mittelarmlehne mit der Möglichkeit nochmal da unten drunter was zu verstauen. Das ist leider auch nicht beleuchtet. Dafür habt ihr aber wirklich eine ganz praktische Armauflage. Ihr könnt euren Arm ganz gut parken und könnt dann auch, wenn ihr schaltet, ganz bequem den Arm hier drauf lassen. Sie lässt sich ein Stückchen in der Länge verschieben, allerdings nicht in der Höhe. Die Höhe ist immer fest vorgegeben, also entweder auf oder zu. Gut, okay, soviel zu diesem Thema. Auf der linken Seite haben wir hier nochmal eine Lüftungsdüse, genau wie hier drüben, die ihr auch öffnen und schließen könnt. Die ist auch nochmal in so einem schwarz glänzenden Rahmen hinterlegt. Das macht sich ganz nett. Und darunter eine Etage tiefer haben wir nochmal eine ganze Reihe von zusätzlichen Schaltern, die hier für unseren Kia Stonic wirklich wichtig sind. Ja, und hier haben wir noch so eine kleine Armada Schalter. Und zwar haben wir hier unterhalb der Lüftungsdüse den Schalter für die Leuchtweitenregulierung. Wir haben hier einen VIP-Schalter für die Instrumentenbeleuchtung und hier daneben haben wir die ganzen Schalter. Diese vier sind für die Fahrassistenzsysteme zuständig. Wir haben zum einen die Möglichkeit, den Totwinkelwanner hier zu deaktivieren und aktivieren. Den Spurwanner können wir hier aktivieren, deaktivieren. Ihr habt hier eure Reifendruckkontrollanzeige und ihr habt da die Taste für das ESP zum deaktivieren oder aktivieren. Ein Stückchen weiter hier hinten haben wir die klassischen Schalter für die Fensterheberbedienung. Wir haben hier vorne erstmal den Schalter zum Spiegel anklappen. Dahinter haben wir dann die Spiegelverstellung, rechts, links und dann halt ganz normal eure Tasten, wie ihr das immer kennt. Wir haben die Möglichkeit, die hinteren Fensterheber hier über diese Taste zu deaktivieren. Und wir haben hier diese vier Schalter, die sind für die anderen, die Fensterheber hinten und der Beifahrer. Und der hier ist ein bisschen anders. Der ist mit so kleinen Punkten ausgestattet. Das ist der für die Fahrerseite. Das ist auch der einzige Fensterheber, der einen Automatiklauf hat. Alle anderen Fensterheber müsst ihr dann wirklich manuell bedienen und halten. Das Fahrerfenster fährt alleine runter und fährt alleine wieder hoch. Das ist der Automatiklauf. Ja und in der Tür selbst, ich mache nochmal kurz auf, habt ihr die Möglichkeit, hier eine Flasche reinzustellen. Hier passt so eine 0,5 Liter. Vielleicht passt auch eine Liter Flasche rein. Das war es dann. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein ganz kleines Ablagefach. Was aber noch ganz nett ist und was mir direkt aufgefallen ist bei der ersten Fahrt, die Pedale hier unten, die erinnern mich doch dann irgendwie so an den, sagt es. Genau, Audi TT, der hatte die damals auch so in diesem Style. Ja und das Wichtigste natürlich in einem Fahrzeug, das ist das Lenkrad und das ist hier wirklich ein schickes Lenkrad. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Das ist ja so der Evergreen im Hause Kia. Das ist ja wirklich in allen Modellen in diesem Style verbaut. Ich finde es sehr, sehr kompakt. Es ist sehr, sehr klein vom Durchmesser her. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Wir haben hier einen Lederbezug mit einer ganz dunkelgrauen Kontrastner, die sich auch hier am Schalthebel wiederfindet, der übrigens auch in Leder ausgeführt ist. Aber am Lenkrad macht sich das schon wirklich ganz gut. Auch sehr schön ist diese diese Aluminium Spange hier unten. Die sieht wirklich auch sehr, sehr hochwertig aus. Ich mag diesen runden Airbag sehr gern leiten. Das macht sich alles sehr, sehr toll. Die Bedienung natürlich. Ein Multifunktions Lenkrad ist hier bei unserem Modell serienmäßig, wie alles andere auch. Die linke Seite ist komplett für das Infotainment System reserviert. Wir haben die Möglichkeit, hier die Lautstärke laut und leiser zu machen. Daneben haben wir hier den Schalter. So ein Wippschalter ist das, um durch die anderen unteren Menüs zu zappen oder zum Beispiel dann den Titelvorlauf, wenn ihr eine ZZD hört oder was auch immer ihr hört, dann eure Musikstücke zu ändern oder halt den Radiosender zu wechseln. Wir haben hier die Möglichkeit einer Sprachbedienung. Wir haben hier die Möglichkeit, euer Telefongespräch an und ab zu wählen. Ja und hier haben wir noch mal einen Schalter, mit dem ihr dann euer Radioempfangband wechseln könnt. Also da könnt ihr dann zwischen den Medien hin und her switchen. Entweder euer DAB-Band, euer FM-Band oder dann halt in den Medien, Bluetooth-Audio oder was auch immer ihr dann streamen wollt. Ein Stückchen weiter hier drüben. Diese komplette Lenkradbedienung ist eigentlich exklusiv für die Steuerung des Fahrzeuges. Wir haben hier den den Mode-Schalter. Darüber könnt ihr dann in eurem Tempomat wählen, ob ihr normalen Tempomat haben wollt oder den Speedlimiter. Daneben habt ihr die Möglichkeit, euer Multifunktionsmenü durchzuseppen. Wir haben hier die Reset-Taste und die Set-Taste für den Tempomaden, um dann zu beschleunigen oder das Tempo verlangsamen zu können. Hier unten habt ihr eure Bestätigungstaste. Ja, was diese Taste hier zu bedeuten hat, kann ich euch im Moment gar nicht sagen. Ich habe hier jetzt zwar mal die Zündung angemacht, allerdings finde ich jetzt nicht die Funktion, die ich damit irgendwie bedienen könnte. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Da wir jetzt schon einmal hier uns im Bereich der Fahrzeugkontrolle befinden, denke ich, werfen wir als nächstes mal einen Blick auf den Tacho. Ja, der Tacho, ein ganz klassischer analoger Tacho, ohne viel drumherum. Wir haben auf der linken Seite den Drehzahlmesser mit einer Temperaturanzeige, auf der rechten Seite den Tacho mit der Tankanzeige. Hier der Hinweis wieder an der Zapfsäule, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Und ansonsten zerbe ich jetzt einfach mal durch das LCD-Display. Das hat 3,5 Zoll hier in der Höhe. Fangen wir mal hier an oben. Wir haben hier oben so drei Standardfunktionen. Ihr seht das jetzt gerade eben. Wir haben hier die Fahrinformation. Die sind unterteilt in die Fahrinformation ab Start. Einmal über die Gesamtlaufzeit. Da haben wir hier einen Testverbrauch von 6,5 Liter über fast 6.300 Kilometer. Wir haben die momentanen Verbrauchsanzeige. Und wir haben noch mal die digitale Geschwindigkeit. Die finde ich immer sehr gut. Die mag ich wirklich sehr. Neben den Fahrinformationen haben wir hier dann noch mal die Möglichkeit, euch eure Fahrsysteme und Fahrassistenzen anzuschauen. Ich tue jetzt noch mal das Aktivieren. Jetzt habe ich die Spurverlassenwarnung aktiviert. Und dann haben wir hier das Aufmerksamkeitsdivot. Das ist jetzt sehr hoch. Dieser Balken reduziert sich dann, denn wir haben erstmals in dem Kia die Möglichkeit, eine Müdigkeitserkennung zu bekommen. Die ist hier sehr einmäßig immer vorhanden. Gibt es nicht in allen Kia-Modellen. Die ist auf jeden Fall. Ihr habt dann noch mal eine Zusatzanzeige, wie ihr jetzt drauf seid. Bei mir ist jetzt die letzte Pause nach 0,2 Sekunden, weil ich jetzt eben bloß kurz die Zündung angemacht hatte. Aber wenn ihr da länger fahrt, erklärt euch oder seht ihr anhand dieses Balkens, wie gestresst ihr seid. Das System erkennt das anhand der Fahrinformationen, Lenkradstellung, Gaspedalstellung und dann auch Lenkradwinkel. Irgendwie so, ob ihr das Lenkrad oft verreißt oder so ganz nervös hin und her zappt. Das sind diese Fahrassistenzen. Die könnt ihr euch dann hier unten drunter extra konfigurieren. So, wir haben die Frontkollisionswarnung. Also das sind jetzt alle unsere Fahrassistenzsysteme, die an Bord haben. Und was ist neben dem Lenkrad natürlich und der Bedienung noch wichtig? Natürlich die Sitze. Die Sitze sind hier in unserem Fall mit einem Kunstleder bezogen. Das fühlt sich eigentlich schon ziemlich hochwertig an, muss ich echt zugeben für Kunstleder. Und damit man auf diesem Kunstleder nicht so schwitzt, hat man diese ganzen Sitzflächen und die Rückenlehnen in so einem Lochleder ausgeführt, dass dann von unten auch ein bisschen Kühlung erfolgt, dass da ein bisschen einfach das Sitzgefühl verbessert wird. Von der Sitzfläche her, von den Seitenwangen her, würde ich mir fast ein bisschen mehr Seitenhalt wünschen. Die Sitzwangen sind zwar vorhanden, aber es könnte ein bisschen sportlicher sein und ein bisschen mehr Seitenhalt bieten. Sowohl am Rücken als auch an den Beinauflagen. Das könnte ein bisschen kräftiger sein, ein bisschen besser ausgeführt. Dafür könnt ihr euch den Sitz in der Höhe verstellen und ihr habt die Möglichkeit, die Sitzlehne natürlich zu verstellen. Hier nicht über ein Rädchen, sondern einfach nur über so ein Hebel, den ihr zieht, um dann eure Lehne euch einzustellen. Und damit ihr die perfekte Sitzposition findet und damit die auch jeder findet, habt ihr am Lenkrad nochmal die Möglichkeit, das Lenkrad sowohl in der Länge zu verschieben als auch in der Höhe. Also da sollte wirklich jeder dann seine individuelle Sitzposition finden. Ich habe meine schon gefunden und denke, wir drehen einfach mal eine Runde. Das soll jetzt erstmal so zum groben Design, zu den Features des Kias Tonic Innenraum gewesen sein. Und daher, lasst uns eine Runde fahren. Ja, und wie immer, der erste Eindruck, was ist das Erste, was du hörst, wenn du mit dem Auto fährst? Der Motor. Wir haben ja den Vierzylinder mit 1,6 Liter verbaut, der Diesel mit der Common Rail Einspritzung und ich muss gestehen, er ist gerade auf den ersten Metern, wenn du jetzt losfährst mit dem Auto, relativ dominant. Also er ist da, er ist ein kleines bisschen schon fast brummig und je nach Drehzahlbereich, finde ich, ist auch so ein kleines bisschen, er wird wie so ein Klingeln, so ein kleines Rasseln irgendwie so aus dem Motorraum da vom Verbrennungsprozess her. Ich hoffe, man kann das hören. Also er brummt schon so ein kleines bisschen. Das ist aber so das Einzige an der Kustik, was ich jetzt am Motor bemängeln möchte oder bemängeln würde. Was mir jetzt direkt auffällt in der ersten Kurve, das ist der ganze Klönch, der hier vorne rumliegt, ist jetzt wirklich nicht viel und schon kratzt es hier vorne drin. Ich schmeiße es jetzt einfach mal hier hinten in den Dosenhalter und dann schauen wir mal, ob es da ein bisschen besser ist. Wo wirklich Spaß macht, das ist auf so kurvigen Straßen, ob du das glaubst oder nicht. Aber trotz des erhöhten Fahrwerkes und der höheren Korserie, er liegt wirklich sehr, sehr gut auf der Straße, auch sehr gutmütig. Ich habe ihn so mal im Kreisverkehr mal so ein bisschen herangenommen. Das ist, wie man das von so einem Fronttriebler kennt. Er schiebt dann so ganz leicht über die Vorderhaxe, fängt dann an, das Kurveninnere Rad so ein bisschen zu lüften. Also der ist wirklich sehr, sehr gut abgestimmt. Von der Abstimmung her, vom Schalten her, die Gänge von der Spreizung her, das passt alles. Das liegt alles sehr, sehr gut zusammen. Manchmal ist es so ein kleines bisschen hakelig, die Schaltung. Da würde ich mir ein bisschen mehr Präzision wünschen. Sie schaltet gut, sie schaltet sauber, so triffst du auch jeden Gang ohne Probleme. Aber so ein ganz kleines bisschen will sie doch manchmal überzeugt werden, nicht immer, aber ab und zu. Dafür ist der Kupplungspedaldruck wirklich auch angenehm. Es ist nicht zu straff, es ist nicht zu locker. Der Druckpunkt selbst, wenn das Fahrzeug anfährt, der ist super vorhanden. Also das ist alles sehr, sehr gut abgestimmt. Und auch die elektromechanische Servolenkung, die lässt eigentlich keinen Grund zum Meckern. Ein kleiner Punkt gibt es, den erkläre ich euch vielleicht nachher noch, der so ein bisschen aufgefallen ist, gerade beim Rangieren, aber da kommen wir später nochmal zu. Wir fahren jetzt erstmal ein Stückchen hier über die Straße und fahren dann nochmal auf die Autobahn und schauen erstmal, wie so die Windgeräusche sind. Ich hoffe, man kann die dann ein bisschen hören, denn sie sind leicht da, aufgrund des erhöhten Fahrzeugaufbaus und der erhöhten Bodenfreiheit einfach. Natürlich haben wir ja auch ein Start-Stop-System an Bord. Mal sehen, ob es jetzt angeht. Ich mache mal die Klimaanlage aus, damit es auch wirklich aktiviert ist. Und es geht aus, funktioniert sogar schon, wenn ihr an die Ampel ranfahrt und noch so die letzten 1-2 kmh rollt. Schon da aktiviert sich das Start-Stop-System und der Motor geht aus und ihr rollt. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn ihr das Start-Stop-System aktiviert habt, der Motor aus ist und ihr lenkt im Kia, geht nicht sofort der Motor an. Es gibt andere Hersteller, da lenkst du zweimal am Lenkrad und der Motor springt sofort an. Das macht der Rio, äh, der Stonic jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, finde ich wirklich gut, gefällt mir. Und ihr seht, auch wenn ich jetzt stärker einlenke, er springt nicht an. Was er auch nicht macht, ist, wenn ich jetzt die Start-Stop-Taste betätige, um das System zu deaktivieren, bleibt er so lange noch aus. Erst wenn ich die Kupplung trete, geht er an, wie das klassisch der Fall ist, bleibt dann aber an, sobald ich den Gang raus mache und beim nächsten Mal stoppe. Also da hat man so eine Extra-Funktion eingeprogrammiert, dass das System einfach sagt, nö, der Motor ist jetzt einmal aus. Den lasse ich jetzt aus, bis du die Kupplung wieder trittst und sowieso regulär losfährst. So, treten wir mal kurz drauf hier. Er zieht schon ordentlich durch, also die 250 Newtonmeter, die machen einen ganz guten Job. Das war jetzt eben der Spurverlasswanner oder Spurhalteassistent, der euch nicht aktiv führt, sondern euch wirklich dann nur warnt, wenn ihr über die Spur hinauskommt und euch nicht zurückschiebt auf die Ausgangslinie. Was wir ebenfalls an Bord haben, neben dem Spurverlasswanner, wir haben einen Totwinkelwanner an Bord, der funktioniert ganz klassisch. Ich habe jetzt den Blinker betätigt, neben mir war ein Fahrzeug, im Rückspiegelglas blinkt die Warnlampe und es ertönt halt ein Signalton, der euch deutlich macht, Achtung, da kommt noch jemand. Da war wieder die Warnung, einmal kurz über die Linie gefahren und er bringt dieses Warnsignal. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, ist echt im Stadtverkehr schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe es auch wirklich ausgemacht. Ich bin eigentlich echt ein Fan von diesem Spurhalteassistenten, wobei man zugeben muss oder wirklich sagen muss, ernsthaft, es ist kein Spurhalteassistenten, es ist wirklich nur eine Warnung. Und die Warnmeldung kommt halt wirklich, sobald du irgendwie ein bisschen da weiter an die Linie fährst, kommt halt dieser Warnton und dieses Warnsignal, während dem ein echter Spurhalteassistent ja dich dann mit einem aktiven Lenkeingriff wieder zurück auf deine Spur führt. Warum man das hier jetzt nicht realisiert hat, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde es sehr, sehr schade, ich finde es eine vergebene Chance, denn das Fahrzeug selbst hat eigentlich alles, was du dafür brauchst, um so einen aktiven Spurhalteassistenten zu realisieren. Wir haben eine elektromechanische Servolenkung, die Voraussetzung für so ein System ist, weil anders geht es nun mal nicht, dass das mit einem hydraulischen, mit einem klassischen Servopumpengerät, mit einer klassischen hydraulischen Servolenkung, funktioniert das nicht, sondern du brauchst die elektrische Lenkung, die haben wir. Und wir haben zusätzlich oben hinter der Frontscheibe die Kamera verbaut, die in diesem Fall ja die Spur schon erkennt, euch halt aber nur warnt, wenn ihr das verlasst. Warum man das nicht einfach kombiniert und sagt, man nutzt noch diesen Gegenlenkeffekt, ich weiß es nicht, tut mir leid. Die Kamera hat allerdings oben noch eine andere Funktion, und zwar haben wir hier im Stonic ebenfalls einen Fernlichtassistenten. Der funktioniert ganz klassisch, wenn ihr euren Lichtschalter in Position Auto habt, könnt ihr euer Fernlicht quasi nonstop aktiviert lassen und das System erkennt vorausfahrende Fahrzeuge und deaktiviert dann das Fernlicht entsprechend, um dann halt den Gegenverkehr oder halt die Fahrzeuge vor euch nicht zu blenden. Ja, wir sind jetzt auf der Autobahn im Tachometer. Ihr seht es jetzt oben in der Ecke, der Hinweis in den sechsten Gang zu schalten. Das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ich trete jetzt einfach mal drauf und beschleunige mal ein bisschen. Und ihr seht das schon anhand der KMH-Anzeige, er zieht wirklich ordentlich durch und beschleunigt wirklich zügig. Ihr könnt auf der Autobahn mit dem Fahrzeug wirklich perfekt im Verkehr mitschwimmen. Ihr müsst nicht irgendwie Angst haben am Berg oder so, dass euch die Audi A6 von hinten irgendwie so zu sehr auf die Pelle rücken. Sicherlich 110 PS sind jetzt nicht die Riesenmacht auf der Autobahn, aber in Kombination mit dem Sechsganggetriebe, den 260 Newtonmeter Drehmoment, könnt ihr schon wirklich ganz entspannt fahren. Und ich fahre jetzt 150. Ich denke, die Windgeräusche sind wirklich annehmbar, die halten sich echt in Grenzen, auch vom Motorgeräusch her. Das ist eigentlich eine ganz runde Angelegenheit. Ich drücke jetzt einfach mal drauf, gebe mal Vollgas und ihr seht, er zieht ordentlich los. Und ihr kommt wirklich ganz gut voran. Mit dem 45 Liter Tank, Reichweiten um die 700 Kilometer sind kein Problem. Da könnt ihr auch mal wirklich dann von Berlin bis München fahren, ohne dass ihr irgendwie an der Autobahn tanken müsstet. So und jetzt fahren wir 170 und Windgeräusche sind da. Ja, ich muss schon ein bisschen lauter sprechen, aber es ist immer noch okay und du kannst wirklich ganz entspannt fahren. Auch von der Lenkung her, der hält seine Spur super. Der Lenkwiderstand hier um die Mittellage ist gut, der ist wirklich auch spürbar. Also das System ist wirklich gut abgestimmt. Und wer jetzt sagt, dass diese Autos nur im Stadtverkehr bewegt werden, halte ich für totalen Schwachsinn. Es ist einfach wirklich ein guter Allrounder. Ihr könnt in der Stadt super fahren, weil ihr halt eine relativ kompakte Abmessung habt. Ihr habt einen super Überblick, wenn ihr fahrt mit dem Fahrzeug. Ihr habt die Straße ganz gut im Blick durchgrund dieser höheren Sitzposition. Ihr habt eine coole Optik. Also das ist ein rundherum starkes Fahrzeug. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass dieses Segment doch sehr, sehr am Wachsen und am Boom ist. Dieses Crossover B-Segment. Unser Tempomaten, ich aktiviere ihn jetzt einfach mal. Wir haben die Möglichkeit, den Speed Limiter einzustellen und den klassischen Tempomaten. So, ich habe jetzt einfach Tempomat gesetzt. Was wir hier nicht haben im Tempomat, ihr habt keine Anzeige, welche Geschwindigkeit ihr vorgewählt habt. Also ich muss jetzt die Taste hier halten, um zu beschleunigen. Oder ich ziehe die Taste nach hinten, um abzubremsen. Macht er relativ gut, er bremst schnell ab und er beschleunigt relativ schnell. Aber ich habe keinen Überblick im Tacho, welche Kmh ich jetzt wirklich vorgewählt habe. Ich muss dann immer warten, bis er beschleunigt hat, bis die Beschleunigungsphase abgeschlossen ist. Und kann dann meine Geschwindigkeit einschätzen. So, wenn ich jetzt 125 haben will, muss ich nochmal einen ganz kurzen Tipp nach hinten geben. Und er wird ein bisschen langsamer. Gleiche Kombination wie mit dem Spurhalteassistenten und wieder eine vergebene Chance, das ist der Tempomat. Wir haben den Tempomat, wir haben die Regelsysteme für den Tempomaten und wir haben zusätzlich ein Frontradar hier verbaut. Was in diesem Fall quasi als Notbremsassistent fungiert. Es erkennt vorausfahrende Fahrzeuge. Wenn jetzt vor euch irgendwie ein Stauende ist, würde das Fahrzeug die Bremsen vorkonditionieren und würde im Notfall auch eine automatische Notbremsung einleiten. Funktioniert jetzt nicht bloß mit Fahrzeugen, die vorausfahren, sondern funktioniert auch mit Fußgängern. Also eine Fußgängererkennung von Stadtverkehr ist ebenfalls da. Dieses Radar, es ist vorne im Kühlergrill verbaut, es sitzt unterhalb des Kennzeichens, hinter so einer Kunststoffplatte verkleidet. Ist bei anderen Herstellern automatisch auch dafür zuständig, den Verkehr vorm Fahrzeug nonstop zu scannen, was das System hier ja auch macht. Aber es ist dann oft kombiniert mit dem Tempomaten, um dann automatisch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Das gibt es hier im Stonic leider, leider, leider nicht. Ja, wir verlassen die Autobahn und fahren noch mal ein bisschen über Land und schauen noch mal, wie er sich da so macht. Ich habe es ja schon angegeben, ich habe es ja schon gesagt, er ergibt sich jetzt nicht irgendwie die Schwäche. Es gibt eigentlich im Großen und Ganzen nichts zum Meckern. Ab und zu vielleicht mal das ganz leichte Haken in der Schaltung. Wir fahren mal hier ein bisschen Züge um den Kreisverkehr vielleicht. Also ihr seht, ich kann ja schon wirklich zügig, zügig rumfahren. Und er ist wirklich sehr, sehr neutral abgestimmt. Und auch wirklich narrensicher, trotz der erhöhten Fahrposition, wo ja manche doch am Ende Bedenken haben, ob so ein Fahrzeug, was so erhöhte Bodenfreiheit, erhöhten Aufbau hat, doch der Schwerpunkt sich nach oben verschiebt. Da gibt es hier gar nichts zum Meckern. Richtig gut gefällt mir halt auch die Abstufung der Getriebe. Du kannst hier wirklich, ich bin jetzt im vierten Gang bei 1500 Umdrehungen, du kannst hier wirklich ganz entspannt dahin cruisen und hast ab 1500 schon dein maximales Drehmoment anliegen. Und wenn du dann Gas gibst, er zieht dann direkt ordentlich los. Du kannst aber auch dann direkt vom vierten Gang in den sechsten schalten und kannst dann ganz entspannt weiter cruisen. Also die Diesel haben wirklich dann schon diesen Drehmomentvorteil. Das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt nicht unbedingt zu diesem 1,2 Liter Benziner und dem 1,4 Liter Benziner raten würde, weil das einfach Saugmotoren sind, die in der heutigen Zeit eigentlich überholt sind. Die haben ein relativ geringes Drehmoment, dadurch haben sie einen relativ hohen Kraftstoffverbrauch bei vergleichsweise kleiner oder niedriger Leistung. Also wenn ihr euch wirklich für so ein Fahrzeug interessiert, ob das jetzt der Stonic ist oder der Rio, greift zu diesem TKI Motor oder hier zu unserem CDRI, nee CRDI, ihr werdet am Ende, denke ich, doch mehr Spaß mit dem Fahrzeug haben und es am Ende doch mehr leiden. Und wenn wir jetzt so durch die Urtschaften dahin rollen, die Sitzposition ist wirklich gut, die Übersichtlichkeit ist eigentlich auch nicht schlecht. Nach hinten ist natürlich ein kleines bisschen eingeschränkt aufgrund der breiten C-Säule, aber in Kombination mit dem PDC, in Kombination mit der Rückfahrkamera, die übrigens auch über eine aktive Spurführung verfügt. Also wenn ihr einlenkt, seht ihr dann hier im Display die Spuren der Rückfahrkamera, wo ihr dann hinfahrt. Habt ihr trotzdem einen ganz guten Umblick um das Fahrzeug, also da braucht sich keiner, auch im Stadtverkehr die Mühe machen. Was es leider nicht gibt, das ist die Beifahrerspiegelabsenkung. Ich habe es zumindest nicht aktiviert bekommen. Also ihr müsst dann, wenn ihr dann rückwärts einparkt in der Parklücke, müsst ihr dann schon euren Spiegel wirklich dann manuell hier mit dem Schalter nach unten aufs Hinterrad fahren, um dann die Räder zu schützen. Gerade bei diesen glanzgetretenen Felgen, also bei diesen Felgen mit der glanzgetretenen Front, ist das halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn ihr da irgendwie die erste Macke dran habt, weil die dann a nicht schön aussehen und b dann das Wasser da dahinter kriecht und dann am Ende so eine Oxidation stattfindet. Da wir jetzt niemanden hinter uns haben, werden wir jetzt einfach mal kurz die Bremsen testen. Kam relativ hart das ABS, die Warnblinkanlage geht kurz an, aber er verzögert ordentlich. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal kräftiger gebremst, auch kurz hintereinander in Sachen Bremspedaldruck. Der Bremspunkt steht eigentlich, da verschiebt sich nichts, der ist eigentlich immer ganz gut da. Dann machen wir nochmal einen zweiten Bremsversuch von 100 auf 0. Geht schon, kann man machen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ein spektakulär, unspektakuläres Fahrverhalten. Er macht alles das, was er kann. Er fährt sauber von A nach B, er hat keine Zicken, er hat keine Macken, er macht durch diese erhöhte Sitzposition wirklich Spaß zu fahren. Also ich finde, das ist verständlich, warum das Segment so wachsen soll oder Maxson wird dieses Crossover-BSUV-Segment, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf den Allradantrieb kann ich wirklich getrost verzichten. Wer wirklich Allrad möchte, der muss dann halt eine Klasse größer nehmen oder halt ein anderes Modell. Kia hat genug Modelle mit Allrad im Angebot. Also und der Stonic, das ist so wirklich dann für diesen urbanen Lifestyle irgendwie so, und wer jetzt nicht im Hochgebirge lebt, der wird, denke ich, mit dem Stonic wirklich echt glücklich. Zumal ein cooles Design zu einem wirklich attraktiven, hochattraktiven Preis bietet. Das soll ja gewesen sein, unser Fahrbericht, unser Review zum neuen Kia Stonic. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Stonic gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schaltet wieder ein zur nächsten Ausgabe VMAX TV. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs Durchhalten und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.